hallo und herzlich willkommen zu unserer post gamescom show wo wir über ein paar einzelne titel die auf der gamescom gezeigt wurden reden den anfang macht der farming simulator oder auch landwirtschaftssimulator 22 wir haben wolfgang ebert hier pr und marketing manager von scheint software schön dass du es geschafft hast ja gerne doch haben wir uns vor kurzem erst in köln getroffen und jetzt sozusagen noch mal auf digitalem wege also wenn er sich dabei sein kann ja wir wollen mal darüber reden was jetzt letzte woche erschienen ist das content update 4 und das wir mir pack du kannst du bestimmt mehr darüber reden vielleicht fangen wir einfach mit dem gratis update an mit dem content update 4 genau da sehen wir ja auch gerade hier schon den trailer im hintergrund kleinere sache für uns aber durchaus regelmäßige sache dass wir einfach neuen content zur verfügung stellen das war nummer vier bereits mit einer neuen maschine und auch einen neuen skin einfach weil von klaas ein jubiläums maschine erschienen ist und sowas bilden wir halt dann auch sehr gerne direkt im spiel ab weil ja es ist natürlich schöner fanservice und dann auch für uns kostenlos angeboten und ja damit machen wir auch weiter wo wir auch weitere content updates auch nachliefern genauso wie es natürlich auch kostenpflichtige dlcs gibt und das ist ja dann schon fast die überleitung zu den vermitteln was auch letzte woche erschienen ist letzten dienstag genau ja also das content update hat ja zwei neue klasmaschinen wenn ich richtig informiert bin und im mir pack sind sogar vier neue geräte und ein neues fahrzeug korrekt richtig also fünf insgesamt und die besonderheit natürlich bei dem wir pack ist diese selbstfahrende presse also sprich ein gerät wo man keinen traktor mehr vorne dran spannen muss sondern direkt mit dem ding fahren kann was eine super erfindung sozusagen von wer mir war und die ist dann damit auch bei uns im spiel noch gibt eine ganz schöne sache übrigens hier von dem trailer den besuch wissen historisch angehaucht haben im schwarz-weiß-look weil wir mir einfach mehr immer ist die sehr viel erfunden hat nämlich auch genau die ballenpresse so wie man sie einfach als flage kennt und das haben wir hier sozusagen diesen erfinder geist und die vergangenheit die historie dieser firma die haben wir hier so ein bisschen aufgegriffen und bringt natürlich dann auch genau den zusammenhang dass sie weiter hier erfindungsgeist einfach zeigten weil sie diese selbstfahrende presse hier auch erfunden haben und wird nur damit aus spiel war das dann auch ein gerät was schon oft angefragt wurde von fans das ist schwierig zu beantworten weil generell wir kriegen natürlich sehr viele anfragen aber das sind auch so sachen dabei baut noch bitte die maschine von meinem papa ein ja und dann muss man erst mal sehen was denn das für eine maschine ist und dann teilweise ist es halt was man auch dazu sagen muss teilweise sind es ja einfach nur verschiedene ausführungen ja es geht ja auch so weit dass es in verschiedenen ländern verschiedene ausführungen der maschinen gibt das manchmal einfach nur eine verschiedene konfiguration einfach dann sozusagen auszuwählen ist was wir im spiel auch wenn es uns möglich ist mit anbieten also eine andere motorisierung oder auch einfach ein anderes extra also wie man das beim auto auch kennt ja dass man einfach gewisses zubehör sozusagen kaufen kann so ist es bei einem traktor oder bei einer landwirtschaftlichen maschine ganz genauso und ja da versuchen wir natürlich immer bestmöglich die sachen anzubieten immer natürlich mit dem hersteller im hintergrund und da richten wir uns natürlich nach deren wünsche und das kommt dann teilweise dann darauf auch raus dass wir dinge anbieten die jemand vielleicht zu hause gar nicht so kennt aber der hersteller wünscht sich halt dann dies oder jenes extra oder diese oder jene konfiguration und dann setzen wir das entsprechend auch in dem spiel bei uns so um ein schönes beispiel im zusammenhang auch jetzt hatten wir im juni den kubota pack veröffentlicht und der größte traktor da drin den gibt es hierzulande auch gar nicht ja weil er einfach ja so monsterhaft groß ist dass er auch zu überdimensioniert wäre und deswegen wird er auch nur in amerika wirklich in der realität verkauft nicht dass wir haben ihn im spiel drin und haben dann in der digitalen welt auch auf der ganzen welt angeboten auch wirklich als flagship weil es natürlich toll ist wenn man so in dem sind nämlich in der großen maschine auch unterwegs sein kann wie lange dauert so eine entwicklung für so ein spiel jetzt wenn die fans muss ich so die im hintergrund immer die frage stellen also jetzt wenn man direkt in 22 er sieht den haben wir im november letzten jahres veröffentlicht und das war zum ersten mal für uns dass wir einen drei jahres intervall hatten seit dem vorgänger das war der landwirtschaftssimulator 19 der also dann im herbst 2018 erschienen ist davor waren es immer zwei jahres schritte das hat sich einfach so ergeben von einmal unserer seite aus wir sind ja jetzt seit kurzem auch selbst publisher oder hat mal von diesem punkt aus auch mehr zeit benötigt um die ganzen strukturen aufzubauen um das ganze also so vorbereiten zu können um nicht nur als entwickler sondern auch als publisher aufzutreten ist aber auf der anderen seite auch den den spielern und da ganz speziell den modernen entgegen gekommen weil die gesagt haben es ist ja so wenn sie einen mod erstellen für unser spiel anbieten dann ist der ja nicht automatisch kompatibel mit dem neuen produkt also wenn jetzt jemand für den 19er mod erstellt hat dann funktioniert die ja nicht automatisch mit dem 22 er dann müssen wir wieder anpassungen vorgenommen werden und von daher war die modder community auch erfreut dass wir da einfach mal einen längeren intervall genutzt haben von dem vorgänger bis zur 22er version weil dann logischerweise eine eine mod die für 19 gemacht gemacht wurde auch länger sozusagen von der kognitiv zu nutzen war also habt ihr das praktisch übernommen da von der 19 auf 22er dann so gesehen oder oder kann man sich das vorstellen bei den mods übernehmen wir nicht das muss das muss das muss man schon der modder wiederum anpassen es ist einfach nur ein ich sag mal ein positiver aspekt warum ein modder durchaus begrüßt wenn wir ein bisschen länger brauchen bis wir ein neues spiel veröffentlicht weil neues spiel heißt also automatisch das ja in allen bereichen also wir haben dann automatisch ja weil wir nutzen unsere eigene engine also wir haben dann eine verbesserte version der engine wir arbeiten natürlich da auch mit neuen game features und da ist dann so viel neues drin dass die leute automatisch ihre mods eben anpassen müssen um sie wieder kompatibel zu machen nichtsdestotrotz ist es so bei uns dass wir eigentlich stehen bleiben sondern wir entwickeln das spiel auch über dlc weiter also wenn wir jetzt einfach ein ich sag mal feature jetzt über das jahr mit einem neuen dlc einführen dann kann man davon ausgehen dass das sozusagen erhalten bleibt und dann auch im neuen spiel dann wiederum angesetzt wird ein beispiel was wir jetzt wiederum im juni mit dem kubota pack veröffentlicht haben eine multiplayer beifahrer möglichkeit dass man also platz nehmen kann wenn man im multiplayer spielt dass man dann zusammen auf einer maschine platz nehmen kann oder auch wenn wir jetzt über die nächste anstehende veröffentlichung schon mal sprechen die platinum edition erscheint dann ende des jahres im november auch da werden wir zum beispiel für die saisonalen veränderungen grafische effekte ja ich sag mal intensivieren wir hatten ja die jahreszeiten ist auch von dem 22 er enthalten aber jetzt mit der platinum expansion november würden wir zum beispiel beim gras mehr verfärbungen ein so dass also der übergang jetzt von von sommer auf herbst einfach visuell noch mal schöner dargestellt um mehr varianten einfach dargestellt wird oder auch laub ja wenn die blätter einfach fallen und irgendwo liegen bleiben auch so eine sache eine reine grafische sache aber eine schöne sache wie das ganze einfach ja noch lebendiger wirkt und solche dinge die wir sozusagen mal mit einem dlc auch einführen da kann man fest davon ausgehen dass die dann auch in der zukünftigen spieleentwicklung auch wieder dabei sind und und von dieser seite aus wie ich sagte entwicklung wir eigentlich ständig unser spiel weiter schon interessant und also für viele spiele ist das ein interessantes thema auch und wie viele spiele habt ihr jetzt sagt auf der liste wie viel spielen das gerade so die 22er version wir haben ja auch kurz cosplay mit dabei also die spieler können wir wirklich bestellen xbox pc zusammen spielen was ich sagen kann wir hatten anfang des jahres unsere erfolgsmeldung von den verkäufen herr verkündet das waren über drei millionen stück die hier über den 22 nach neun wochen verkünden konnten und ja da das war ja damals die zeit als wir auch dann schlagzeilen waren mit der landwirtschaftssimulator oder international fahrex simulator hat mehr spiele als battlefield ja das stimmt allerdings hört sich sehr sehr gut und freundlich ja manche wollen halt viel bewegen und machen das ist halt so dieses alltag was halt die leute gerne wollen und das ist natürlich bei simulatoren natürlich in der heutigen welt natürlich eine ganz spezielle sache und egoshooter was auch immer das sind natürlich ganz andere wege und klar können kinder keine egoshooter spüren perfekt aber ich möchte ich gerade unterbrechen darf was ich selbst auch im eigenen bekanntenkreis und auch so von vielen kollegen und freunden immer höre dass unser spiel halt wirklich auch zum entspannen genutzt wird also gerade auch einfach mal zwei stunden online shooter gespielt hat angestrengt ist dass man danach einfach eine runde farming simulator spielt immer noch mit seiner freundesgruppe zusammen unterwegs ist aber halt einfach ganz entspannt mal vorgehen kann ohne druck ohne zeitdruck ohne streck und dann hey wir spielen weiter zusammen wir unterhalten uns weiter aber halt einfach so dass das pure entspannen das pure relax genau das ist ja das ist ja so dieses simulations mäßig auch für andere simulatoren wie auch immer es ist alles so zum entspannen ja dafür sind es auch da also ich sehe es auch so man sieht es auch das landschaftslandwirtschaft simulator sieht sehr entspannt aus und man könnte da richtig so auch alleine auch spielen das ja so und aber zu zweit glaube ich der eine macht was anders als er muss ja konzentrierter sein da denke ich mal dass viele also gehe ich mal nur davon aus dass viele auch alleine spielen eher wie zu zweit weil der eine hat viel zu tun der das zu tun wahrscheinlich den anderen dann auch nicht so eingreifen muss was machst du gerade kennt man ja so die typischen wird dann ist natürlich klar wenn man das in ruhe spielen zum relaxen einfach ja aber das ist ja genau der punkt also beim landwirtschafts- simulator kann man problemlos dann auch zusammenspielen weil es gibt ja nicht diesen stress dass man ich muss das jetzt fertig machen ganz entspannt dann mache ich halt später fertig ja oder wir machen es zusammen wir helfen uns geht es hat genau erfahrung austauschen im endeffekt auch und so weiter auch das ja auch das also es macht schon sehr sehr beeindruckend die aktionsmöglichkeiten sind halt auch total vielfältig also dass wie der name sagt landwirtschaft steht an erster stelle aber da muss man ja auch schon mal unterscheiden einfach da das thema tierhalt ja und dann ob ich jetzt mein wegen eine pferdezucht macht oder ob ich der neue schafzüchter sein oder ob einfach jetzt ich der imker sein möchte das sind ja schon mal dann ganz verschiedene bereiche und das kann ich natürlich dann wiederum kombinieren mit irgendwas in der landwirtschaft aber da auch ob ich jetzt mais anbaue oder baumwolle oder trauben das sind ja komplett verschiedene vorgehensweisen und und verschiedene dinge die ich dabei machen muss oder wenn ich das dann eben anfangen zu kombinieren und sagen okay ich brauche jetzt auch noch meine grasweiden weil ich ja auch tierfutter haben will und so kann ich also sehr sehr vielfältig unterwegs sein plus was man nicht vergessen darf es auch noch die forstwirtschaft die im basis spiel auch enthalten ist die wir jetzt ganz speziell in der erweiterung dann endes jahres november in der platinum expansion aufgreifen aber enthalten ist sie genau jetzt in dem spiel auch schon das was man in der realität sieht dass also ein landwirt im sommer halt mit seinen feldern beschäftigt ist aber im winter dann eben auch weil aus der mangelung von möglichkeiten auf dem feld dann eben in der forstwirtschaft aktiv ist weil das kann man bei uns genauso im spiel abbilden wenn man das eben möchte dann die optionen gibt es eigentlich auch dass man so gesehen in echtzeit spielen kann auf echt also nach der richtigen zeit halt oder man kann es halt auf stell die zeit durchlaufen lassen oder ist es dass das kann ich auch jederzeit anpassen ja also das ist ja mit mit sieben oder acht kann man die zeit entsprechend vor der oder hat dann wieder reduzieren also wenn ich jetzt auch mal irgendwie ja etwas beschleunigt haben will oder vielleicht dann einfach mal sagen so jetzt habe ich alles gemacht jetzt habe ich meine frucht gepflanzt aber jetzt soll sie halt mal wachsen dann ja gehe ich halt mal auf die acht und spuren ein bisschen vor genau und kann dann sagen der vor spurt von anfang an kann man sowieso auch einstellen optional wie lange der monat denn sein soll ja man kann also auch ganz radikal kurz gehen und sagen so also ein spieltag ist sozusagen ein monat ja oder man kann sagen ich will wirklich 30 tage im monat haben auch das ist ja schon ein enormer unterschied wie dann auch sozusagen die jahreszeiten im spiel vorangehen das ist für uns ein ganz wichtiges feature dass wir sagen wir wollen die dinge halt wirklich optional behalten also wenn jetzt jemand ich sag mal sich eingeschränkt fühlt durch jahreszeiten wenn man halt mal im dezember xy nicht anpflanzen kann dann kann man das auch alles ausschalten ja dann kann man sagen so ich ich habe zwar einen visuellen effekt durch die jahreszeiten aber erschränkt mich von der spielerischen seite nicht ein oder auch wenn ich sage unkraut ja es ist nun mal eine sache die in der realität vorkommt aber wenn ich sie einfach im spiel nicht haben möchte dann kann ich sie auch einfach ausschalten wie viele entwickler stehen dahinter wie wir arbeiten daran sollen landwirtschaftssimulator also jetzt hier als firma sind wir bei giant software gut 80 leute auf vier niederlassungen aufgeteilt aber das sind natürlich jetzt nicht alles entwickler die also sozusagen hier am programm code da sind da so leute wie ich dann begeistert zuschauer wenn da wieder etwas bei rauskommt das ist also dann normale sache dass man als entwickler und publisher auch sozusagen andere positionen darf wo leute ja auch irgendwas mit dem produkt sozusagen dann anstellen aber auch wenn sie dann nicht direkt entwickler sind gibt es irgendwas was wir schon erfahren dürfen was noch nicht so auf dem markt ist ja wir haben jetzt ja auch kurz vor der gamescom neues zubehör noch mal angekündigt also neu ist nicht ganz hundertprozentig richtig weil es das vorher schon mal in der speziellen version gab und zwar geht es mir um die rundum leuchte kennt man vielleicht von ertraktoren oder anderen großen maschinen diese art waren leuchte in orange haben wir unser modell da gibt es aber auch in der realität verschiedene farben und die soll einfach aufmerksamkeit erregen ja weil man natürlich weiß das ist eine große maschine und da ist gesichtsfeld vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt von demjenigen der die maschine steuert und dass man ja sozusagen noch mal eine visuelle aufmerksamkeit hat achten da ist was da muss man nicht vor sich dran geht und so eine rundum leuchte haben wir auch als zubehör damals in der collectors edition mit angeboten und die veröffentlichen wir jetzt die tage noch mal ganz alleine jetzt bei dem bei der runden leuchte die kommt haben wir auch eine neue maschine mit dabei das ist der great bei nach von eros deutsche firma auch wenn sie euro heißt und das ganze funktioniert dann so wird per usb angeschlossen und sobald ich sozusagen im spiel diese waren leuchte aktiviere dann sieht man auf seinem schreibtisch auch entsprechend das aktivierte licht das ist ja mal so ein gutes feature man denkt ja auch man soll nicht schubladen denken sondern sehr kreativ denken und das wollen die spiele ja auch jeder macht immer das gleiche so gesehen aber ihr macht es im farming simulator dann zum beispiel praktisch immer wieder was neues was ihr da den leuten anbieten könnt was vielleicht auch gut ankommt jetzt demnächst dann ja mit dem leuchten wo kann man den usb-stick erhalten also die die leuchte es ist wie gesagt ich habe jetzt seine zukunft gesprochen das kommt jetzt erst die tage wir haben also da einen sogenannten soft launch das heißt dass theoretisch kann es passieren dass das ding jetzt in keine ahnung frankreich polen also irgendwo umliegende land schon die nächste woche erhältlich ist in deutschland weiß ich aber jetzt dass es noch ein paar tage länger dauern wird weil da einfach die verkaufsgespräche noch laufen mit dem zwischenhändler weil wir selbst sozusagen ja entwickler und publisher sind aber die verkaufsgespräche mit dem einzelhandel da haben wir wiederum andere zwischenhändler die da für uns tätig sind und von daher wird es noch ein bisschen dauern wir haben auch einen eigenen merchandise shop aber auch da das hängt damit zusammen mit zwischenhändler das wird noch ein paar tage dauern es gibt wie gesagt keinen konkreten termin aber ja jetzt irgendwann im september wird es das ding auf jeden fall auch geben apropos september es gibt ja schon termin für das pumps and hoses pack diesmal erstmals nicht von der 27 september entwickelt ganz richtig von creative mesh entwickelt wenn ich richtig korrekt ja korrekt ja es ist wirklich unser erstes projekt wo wir als publisher auftreten und das produkt eben nicht selbst entwickelt haben vollkommen richtig genau da sehen wir den trailer ja auch gerade von creative mesh ja die jungs sind über 30 neue maschinen sollen mit dabei sein glaube ich und objekte und genau korrekt man hat es ja schon gesehen in der presse auf der gamescom sorry wenn ich dich unterbreche dass biogasanlagen ja jetzt auch frei gebaut werden können zum beispiel ist glaube ich genau richtig genau korrekt das ist ein teil davon ja und was wir hier im trailer auch dann sehen diese gülle verschlauchung also diese hunderte von metern sind diese schläuche lang und können dann also da über die felder gezogen werden und das ist eine komplett neue spielmechanik die hier in das spiel einzug hält letztlich dient das ganze also zur schonung der felder der realität weil man hat nicht mehr mit dem kompletten gülle wagen über das feld fahren muss sondern in anführungszeichen nur noch mit dem schlauch sozusagen also weniger gewicht auf das feld bringt mal abseits von dem schlepper den ich natürlich bewegen muss aber ja unterm strich schon das eben die die felder plus ich habe natürlich auch durch den angebundenen schlauch eine schöne möglichkeit dass ich die ganze zeit auch nachschub habe also wenn ich jetzt mit dem tank über das feld fahre dann ist der tank irgendwann leer und über diesen schlauch kann ich den halt im idealfall direkt an einen riesigen tank anschließen und dann habe ich nicht diese notwendigkeit irgendwann mal sozusagen nachtanken zu müssen sondern über kompressoren wird das ganze also dann so gepumpt aber das ist eine freie erfindung oder das ist nicht nein 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 das ist alles realität das habe ich noch nie so gesehen ehrlich gesagt da bin ich jetzt nicht der fachmann wo das jetzt in welchen gegenden was das wirklich dann auch verwendet wird aber das ist absolut realität realität das ist jetzt keine wir sind der landwirtschaft simulator ja wir denken uns da keine features aus keine futuristischen sachen sondern das gibt es genauso in der realität gut dass du es mal angesprochen hast falls welche das noch nicht so wissen also die fiktionalen sachen das überlassen wir dann anderen die halt irgendwelche dinge schon mal vielleicht vorausblickend entwickeln wollen aber wir gehen wirklich den weg wir arbeiten deswegen halt genau auch mit den herstellern zusammen von maschinen die genau diese sachen auch in der realität herstellen und von daher dass das sind einfach reale dinge die wir abbilden im optimalfall haben wir einfach die dinge ich sag mal relativ zeitgleich also schöne beispiele da wäre der glas trion der hatten wir im letzten jahr angekündigt das war wirklich parallel mit der ankündigung von glas also der trion ein neuer mehrdrescher damals der der angekündigt wurde von glas und wir konnten parallel sagen ja und wir kündigen den auch an er wird genauso als maschine im landwirtschaftssimulator einzug halten und genauso haben wir es jetzt in diesem jahr vor kurzem gemacht für die cover maschine für unsere neue platinum edition da ist ja auf dem vordergrund volvo drauf der high lift und der wurde erst im juni von volvo angekündigt in dieser version und ja wir konnten parallel sagen ja alles klar das ist direkt schon die maschine die wir auf dem cover haben werden und man wird direkt im november dann auch damit spielen können genau da sehen wir den glas gerade und das ist natürlich der der optimal zustand wo wir sozusagen der realität fast schon ein bisschen vorausgreifen weil wir dinge schon zeigen können die erst in der zukunft sozusagen in echte eingesetzt werden das ergibt sich ganz einfach durch eine sehr enge zusammenarbeit mit herstellern wenn wir frühzeitig material bekommen die hersteller sehen das natürlich auch als marketing von ihrer seite aus dass das wir wiederum natürlich dann das ganze auch befüttern und auf den digitalen kanälen ihre maschine vorstellen aber das sind dann schon die die ich sag mal sehr ausgewogen und intensiven kooperationen die wir einhängen ja ich muss mir jetzt leider leider aushängen es tut mir sehr sehr leid aber ich wünsche euch noch einen schönen tag dann und wir hören uns ja ich glaube ich glaube wir können auch an dieser stelle dann langsam schluss machen wir haben ja so eine halbe stunde vereinbart genau schön dass du es geschafft hast wolfgang vielen dank für die vielen infos die erweiterungen werden sehr gut ankommen beziehungsweise auch heiß erwartet also noch mal um es zusammenzufassen am 15.11 kommt das platinum update also die platinum expansion für 19,99 oder für 49,99 zusammen mit dem hauptspiel und am 27. september das pumps and houses pack für 17,99 ja genau immer noch mal in abhängigkeit von der plattform ob man jetzt pc spielt oder konsole da können noch mal preisunterschiede bestehen achso ja genau ich habe auf eurer webseite geschaut das ist dann wahrscheinlich der pc preis gewesen über unsere webseite kannst du auch zu konzonen natürlich kommen ja genau das 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 sieht man dann ja jeweils ja klar der playstation user wird keine pc version kaufen und umgedreht aber klar aber in der platinum edition ist wirklich nur das hauptspiel und die platte im expansion und natürlich die gratis update dabei aber jetzt nicht die inhalte des year one season passes den müsste man dann noch extra kaufen korrekt richtig wobei dann müsste man es rechnen anfangen ob es dann nicht sinnvoller wäre die sachen einzeln zu kaufen weil ja platinum update auch schon im season pass enthalten ist aber das ja kann man sich dann selber noch mal ausrechnen inwiefern das sinn macht inwiefern das ein interessiert wenn jemand alles haben will klar dann ist der season pass die beste wahl dann könnte man sozusagen ja sagen man kauft auch das basis spiel und den year one season pass dann hat man auf jeden fall auch alles aber es ist keine ultimate edition oder ist nichts der gleichen geplant wo alles wirklich mit abgedeckt ist ja was soll ich sagen da gibt es natürlich wenn ich in die vergangenheit schaue da hatten wir dann schon immer wieder mal eine premium edition die dann alles beinhaltet aber die kam dann erst zu ungefähr zwei jahren nach der ersten veröffentlichung und noch eine frage wolfgang ist das spiel 8k optimiert jetzt habe ich sie mich gerade aber auf dem falschen fuß oder der falschen sessel das weiß ich wirklich nicht auf dem kopf da müsste ich unsere kollegen fahren aber schön dass du mal da warst wieder wolfgang ich hänge da mal aus und wünsche euch dann soweit alles gute bleibt gesund und gleichfalls wünsche ich euch auch ja ja dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal und ja würde mich freuen wenn wir uns dann auch wieder persönlich sehen jetzt gerade bei der gamescom aber der die nächste veranstaltung bestimmt genau danke schön was auch gerne an was auch